durch zwei Kopfschüsse getötet hihihi ähm Pistolen was nehme ich denn mal ich nehme mal ne UMP na ach scheiße das hab ich mir ne MP7 gekauft wir holen dir eine Wege scheiße hab ich Granaten nein hab ich nicht scheiße wird gesniped öh schnell wieder zurück und muss ihm leben oh fuck Mann ich werd so oft von Teamkameraden abgeschossen na ich ja nicht weil ich mich immer von denen distanziere weil ja keiner mit mir mitläuft eure Sitzung ist voll ne ich suche erstmal für mich ein Spiel ne 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 mach mal Wachenkurs mach mal der mach mal einen Wachenkurs der kannst du erstmal lernen ok wie das Spiel geht find ich ganz nett dann ok nur noch einer er ist da hinten Niklas hast du Half-Life gespielt ne ok achso das ist ein Sniper der ist ganz hinten soweit ich weiß der hat mich abgeschossen der ist ganz hinten weißt du wo der lange Gang ist ganz hinten wo man eigentlich so nicht vorbeikommen würde ich glaub du ah wenn mich hier durch geht dann links weißt du da vorne bei der hier geradeaus genau da ja scheiße weil der hat mich nämlich gesniped ich dachte du meinst beim roten Büro äh hier rechts von der ja da ja in dem Sniper Tunnel da ja boah wenn der letzte da wo ist der andere ok der soll mal ruhig da bleiben weiter weg ah die haben eh gewonnen die haben eh gewonnen man ist das ein geiler Mod ja ich find Nightmare House besser guck mal dieser eine Bike Trainer macht die alle platt richtig heftig hier am SZP soll ja auch mal wieder spielen tot ich find Nightmare House geiler ich hab mir das hat extra Dingssen gekauft aber dann kann ich den Mod gar nicht spielen ist es besser als der SZP 173? ja klar SZP 173 ist ein langweiliges Spiel den sagst du ne Story ist gruselig aber da passiert ja nicht viel da ist keine Story drin und bei Nightmare House ist ne Story ok ja ok weil SZP kann sich nur erschrecken und dann bist du tot fertig oh oh sperren uns ja ein fire in the hole scheiße ey das ist mir so und so schnell viel achter der Negev die stark wieder oder Negev wie heißt die noch? nein fuck keine Munition scheiße 1025 voll die geile KD ich versteh nicht warum die meisten immer so auf die Waffe wechseln müssen in Gefechten? ja nein jetzt zum Beispiel wenn die rumlaufen die ganze immer wechseln müssen wenn sie gerade hier gerade in diesem Gefecht ist ja kein richtiges Gefecht aber wenn sie sie ist halt ein bisschen mit Pausen drin aber trotzdem weil das ist bei Modern Warfare 3 auf die Todsünde oh Italy ich musste ihm auch die Waffe wechseln aber wenn man keine Munition hat kann man ja eben es gibt keine andere Möglichkeit es gibt keine andere Möglichkeit oder mit dem Messer auf ihn zu rennen aber hat man noch weniger Chance ja hier besonders äh Antiterror äh okay das Haus und so weiter ja ach erstmal Spaß haben ja Spaß haben und sofort tot was soll das denn? ich will eine Waffe ausprobieren ich bin rausgeworfen weil ich dich abgeschossen habe ja ich würde mich auch auswerfen ich würde dich auch auswerfen ach was das ist doch nur die Anfangsdingsen trotzdem wie viele Plätze sind bei den Antiterroristen und wie viele bei denen einer bei den Anti bei der anderen kein oh okay okay jetzt alles voll ach so ein Mist ja was killst du mich denn auch ja mach ich immer grab your gear and let's go ja ich geh gleich raus das ist jetzt grad irgendwie eher am Kacken äh äh ich hab einen gekillt ach jetzt wurde ich auch gekillt okay ich geh raus kein Bock mehr wenn ich gekillt werde geh ich raus Niklas willst du mitspielen oder willst du noch zu Ende deinen Dings machen? ich mach es eben noch zu Ende hier ok findest du ne Runde? ach ne wir können ja jetzt zusammen wollen wir auf Fliegers warten? ok ne es dauert eigentlich noch ein bisschen ja ein wenig ich bin jetzt schon draußen was? ich bin jetzt schon draußen ach so also außerhalb des also schon beim zweiten Schießstand ok das dauert trotzdem noch ja das ist ja noch der Anfang aber Spaß lade ich ihn trotzdem ein geile Sache zack zack so spielen mit Freunden spielen ja mo- ach ja ach ja ach wie lange das dauert ne Lobby zu erstellen so da Suche läuft Niklas Blei ist der jetzt glaub ich hat weg oh schwirr hat er ja gesagt ich hör mich doppelt ne oder? doch bei mir ja bei mir auch oh Nik jetzt haben wir wieder das Problem mit den Dingsen ach so ich hör niemanden doppelt ach so ja dann warte dann kurz abbrechen Niklas geh unter ähm Einstellungen kannst du grad in die Einstellungen gehen? äh ich verlassen Freunde einladen dann dann verlassen wir ihn kurz und warte ich ich und dann gehst du unter Spiel äh gehst du unter Einstellungen und dann Audio oder Mikrofon egal ich weiß nicht wo das steht und da steht dann glaub ich Mikrofon verwenden und dann machst du aus da steht es push to talk dann glaub ich zu Open Mic und dann aus du machst das aus Sprachchat aktivieren steht hier hab ich jetzt deaktiviert ok gut jetzt kommen jetzt lade ich dich wieder ein ok weil ich habe nicht doppelt gehört weil ich hab nämlich alles ich hab ja du hast es aus ich hab ja alles deaktiviert ja du hast doch nicht die Leute die da reden das ist doch ganz recht so ja ist die äh äh los die Suche geht zu lange nochmal die Suche dauert mir zu lang was soll das scheiß drei Plätze so schwer zu finden sonst ist man immer in Runden wo man wo zwei gegen Bots kämpfen oder sowas ey er kann nacken hallo da lobby beitreten bitte oh ja oh oho das dauert auch länger weil wir jetzt ja zu dritt sind mhm ja bro oh Italy auch noch ok aber Niklas du kommst gleich mit mir achso auf B rufst du den ähm rufst du das Kaufmenü auf und hier muss man immer seine Sachen kaufen und so weiter und ich also hier ist eine Aufwärmrunde und du kommst gleich mit uns mit in eine Wohnung wo wir nichts machen doch könnten ich hab grad'n Bot Anti 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 cool noch fünf Leben hat der Bot scheiße oh wir werden richtig verkacken oh scheiße gleich jetzt auch sogar Rundenwechsel Niklas achso du bist im Team ok ok scheiße wir sind mitten in der Runde egal körpern hell oh nein mir fehlen 50 Dollar dann kaufe ich mir noch Granaten hm ich hab alle meine Granaten wieder die ich immer hab ich nicht weil ich hab mir eine M4 gekauft ok folg uns wenn du's gefunden hast hier rechts ne was denn wir oh oh ich hab jetzt dieses Ding gesehen was durch die Wände springt von bei PewDiePie gerade hab ich mir erschrocken der kam aber diesmal nicht das Blut ok da hätten schon einer gestorben und eine Bot hat den anderen umgebracht ja also können wir durch oh cooler Weg oh ich bin tot von hinten du wurdest gemessert oh ja gemessert da kommen wir jetzt zu dir oh da kommt noch einer pass auf der kommt oben rein gut wollen ja alle messern nimm die AK da kommt jetzt noch einer über die Brücke ich hab ihn grad gesehen scheiße wie hat der das gemacht zum Teufel ich hab noch eine Rauchgranate irgendwo hin geworfen aber der hat mich sofort gekillt dieses blöde Mist diese blöde Mist gestalten hier scheiß Masken da der war oben auf der Brücke Oha hat ihn echt ziemlich netten ja deswegen will ich die nie spielen er so verboten passiv auf der Rücken auch ja auch schon wieder auf zu uns ein Polish-Watertrinker oh das hat auch meine Rücken kann ich wenn der Laufen sowas noch ein ja dieses SPP hat ihn besiegt das teleportiert sich nicht das hat man richtig gesehen er dreht sich um rennt weg auf einmal rennt das so um ihn rum während er rennt und als er stehen geblieben ist hat das ihn umgebracht ich würde dir mal raten so ein Kevlar mit Helm zu holen bei Ausrüstung das ist am wichtigsten habe ich denn jetzt schon Geld er hat auch 4200 oh das ist ne Menge ja für Grundausrüstung ja das reicht ich hör was oh das ist ja lass mich durch meine Fresse okay jetzt wird gecampt ich werde von der Blend rein oh mh von hinten von hinten muss jetzt jemand auch noch fassen okay aber der Bot hat einen umgebracht das heißt hinten ist erstmal nichts ja doch bleibt da stehen Niklas hört ihr was nein geht einer vor ich gehe nach hinten 3 gegen 4 der ist hier vor bei ihm ist es sofort dunkel wenn er anfängt ich gehe hier vorsichtig pass auf links ist keiner okay okay ich folge euch jetzt ich komme jetzt nachgelaufen gehe hier vorsichtig ganz vorsichtig aber ihr seid doch gar nicht draußen hier rechts rein jo und pass mal auf versuch immer zu gehen oder zu hocken weil er hören die Gegner nicht auch was schießen die bitteschön aber ich hab keinen Bock als erster mal vorzugehen ich krasse mich kurz an der Nase so ok wollen wir hier links scheiße ne Granate wer hat das Huhn da von da oben bestimmt ich bin geflasht werfen Granaten runter snow 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 Gracias HAIR soll ich ganz schnell ins Haus rennen ich hab Angst die sind da oben auf der brücke wieder oh ich bin drin warte ach scheiße jetzt gibt es Probleme jetzt müssen wir noch was ausrichten oder wir campen hier und ballen unsere Sachen ich bin für campen St und ich selber noch umgebracht was das immer bringt okay Brand und Blends am besten auch so ja ich hab ich habe auch noch auf mit der M4 gekauft ich hab auch ne M4 er hat den Angriff überlebt oh letzte Runde der Scheiße zu verletzen werden mein Hund mein Hund noch Scheiße im Bein nicht gekriegt okay ich werf den Rand er hat den Angriff überlebt von dem Viech und dann hat er die Tür aufgemacht glaub ich das andere ist aber trotzdem ok ich seh keinen ich hab jetzt noch raus und Blendsen ich komm kurz hinten raus ok der eine Bot ist da der andere ist tot hier vorne ist nix im letzten Raum oh jetzt muss ich den letzten checken ist jeder auch nichts oh ich glaub da ich glaub die cappen alle oder? die snipen ja auch nicht bei ihrem bei ihrer Superhütte da ok ich hab noch Rauch und Blendsen ich hab auch noch Rauch und Blendsen bringen ihre Dinger um sind die doof? oh ja einfach campen vielleicht bringen die ja alle um ne die letzten lassen sie ne die letzten lassen sie na gehen wir? da ist er! oh ja wo? ich hab ihn umgebracht soll ich die mal irgendwo hinlocken? wo sind die denn alle? komm wieder rein wieder rein wieder rein ich hab jetzt wohin gelockt da kommen welche du hast umgebracht nicht schlecht guckst du da durch weiter? gehst du runter? ok geh auf rechts auf das Ding drauf am besten hier? auf diese auf diese Fässer und Regale achso campen wir wieder? ja ok einfach einfach verstecken ja jetzt haben wir ja sowieso verloren ist doch egal oh die nächste ist wieder Office ich bin der beste achso wir waren nur Bots ich wundere mich grad weil die die spielen ja schon ne ganze Zeit die Typen hier ja die sind von wo alle haben wo alle verlassen weil die Gegner zu stark waren ja und jetzt wenn die Gegner auch zu stark sind auf jeden Fall ja natürlich wir verkacken auch richtig äh Anti ne? wollen wir Anti alle ganz schnell? ja Anti ne bloß nicht oh ey geil wir haben jemand an unserem Team der Super Typen der Super Typen ja aber der hat mich umgebohrt na der ist nicht grad super boah scheiße hä? wir haben doch jetzt haben wir einen Gegner gehen wir erst hier rechts lang jetzt hab ich mir eine Glocke gekauft super auch